Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Energy TV, Ihrem Info- und Servicemagazin der BWAK-Gruppe. Innovativ, flexibel, optisch, ansprechend und wirtschaftlich. Die Box 09 ist die Antwort auf moderne Büro- und Wohnbedürfnisse. Sie besteht aus standardisierten, vorgefertigten Raummodulen, die in kürzester Zeit beliebig zusammengebaut werden können. Box 09 wurde vor sieben Jahren vom Grazer Architekten Ewald Viereck kreiert und von dessen Architekturbüro entwickelt. Einzelne Module, die je eine Größe von 20 Quadratmetern aufweisen, werden mit Boden, Decke und sämtlichen Versorgungsleitungen in der Halle gefertigt und beim Aufbau mit Spannschlössern miteinander verbunden. Das sind einzelne Module, die vorgefertigt werden. Das ist ein Holzbau, das ist ein super niedriger Energiehausstandard und ich kann das Ganze in jeglicher Ausstattung vorfertigen. Das Ganze ist innerhalb von 90 Tagen vorproduzierbar und ist in eineinhalb Tagen aufgestellt. Und schnell wieder abgebaut. Denn die Box 09 ist so konzipiert, dass Sie diese bei einem Wohnortswechsel einfach mitnehmen können. Das heißt, die Raummodule können ohne aufwendige Erdarbeiten nahezu unabhängig von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit aufgestellt werden. Das heißt, diese Raummodule sind vorgefertigt, sind standardisiert. Inwiefern kann ich da als Hausherr noch einwirken? Sie können einwirken in jeder Form. Wir haben das Ganze für uns als Bürogebäude geplant. Als Großraumbüro haben wir eine Nasszelle drinnen und eine kleine Kücheneinheit. Das andere ist alles Großraumbüro. Hier haben wir auf die Wünsche des Bauherrn reagiert, der dort mit seiner Frau ein Wochenenddomizil schaffen wollte. Und dort haben wir eben zwei verschiedene Schlafräume, ein Badezimmer, Wohnzimmer und Küchenbereich. Und das ist alles komplett individuell planbar. Der Dimensionierung, Konfiguration sowie den Nutzungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Es werden ausschließlich nachhaltige und ökologische Baustoffe verwendet. Auch das Heizungssystem ist frei wählbar. Dieses Haus wird mit einer Infrarotheizstrahlerplatte beheizt, die in der Decke eingebaut ist. Das sind so Deckenpaneele. Wir haben auch flexible Spanndecken dort eingebaut, um eben auf diese Anforderungen zu reagieren. Und ist auch komplett individuell, je nach Standort, verschieden planbar das Heizsystem. Box09 ist ein revolutionäres Bauprojekt für flexibles Wohnen, Arbeiten und Leben. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Bis zu 12 Liter Wasser werden pro Tag in einem Vier-Personen-Haushalt durch Waschen, Kochen, Zimmerpflanzen und durch die Bewohner selbst erzeugt. Und dadurch kommt es natürlich zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, die wiederum führt sehr oft zu beschlagenen Fenstern. Verhindern können Sie es durch effektives Lüften. Achten Sie auf die Luftfeuchtigkeit im Haus. Ist zu viel Feuchtigkeit in der Raumluft und trifft diese auf eine kalte Oberfläche, kondensiert die Feuchtigkeit und es entstehen kleine Tröpfchen. Im Haus zeigt sich dieser Effekt oftmals am Morgen nach dem Aufstehen, wenn das Fenster beschlagen ist. Dann am besten das Fenster ganz öffnen. So kann die Feuchtigkeit, die sich über Nacht in Möbel, Putz und Teppich angesammelt hat, am besten entweichen. Die Fenster nicht kippen, denn dadurch kühlen die Wände im Fensterbereich stark aus. Es kann zur Schimmelbildung kommen und im Winter kostet sie das unnötig viel Heizenergie. Auch nicht die Tür öffnen und die Feuchtigkeit auf andere Räume verteilen. Speziell im Badezimmer gilt, die Tür immer geschlossen halten und eventuell die Fliesen abwischen. Lüften Sie auch nicht von einem Zimmer in das nächste, sondern immer direkt nach außen. Grundsätzlich gilt, lüften Sie regelmäßig, auch wenn es regnet. Am besten mehrmals pro Tag einige Minuten die Fenster öffnen. Bei kälteren Temperaturen kürzer lüften, dafür öfters. Die Wäsche sollten Sie am besten im Freien trocknen, auch im Winter. Ist dies nicht möglich, dann nur in geschlossenen Räumen trocknen und die Fenster ausnahmsweise kippen. Kellerräume sollten Sie im Winter genauso oft lüften wie die Wohnräume. Im Sommer am besten nachts, denn wenn die Außentemperatur wärmer ist als die Kellerwände, schlägt sich dort die Luftfeuchte nieder. Wer ganz genau wissen möchte, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in den Räumen ist, der sollte ein Hygrometer aufstellen. Ideal sind 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die BWAC Bonus Welt 2012 ist da mit vielen Vorteilen für Sie, wie zum Beispiel Bonuspunkten, Bonusleistungen und Partnerschecks. Die BWAC bietet Ihnen neben 100 Prozent Ökostrom auch noch zahlreiche Vorteile mit der BWAC Bonus Welt. Diese bietet Ihnen Services wie Bonuspunkte und Bonusleistungen, Elektrogeräteaktion und Energieberatung, Babycheck und Partnerschecks. Mit den Bonuspunkten unterstützt Sie die BWAC bei der Anschaffung energieeffizienter Elektrogeräte, wie zum Beispiel Geschirrspüler, Dampfgarer oder Espressomaschine. Oder nutzen Sie die Bonusleistungen beim Kauf einer Wärmepumpe, E-Heizung, Photovoltaik oder Klimaanlage, bei einem Servicecheck oder bei einer Panne in Ihrer Elektroinstallation. Als Komfortkunde sparen Sie bis zu 370 Euro. Als Premiumkunde profitieren Sie sogar doppelt. Sie dürfen sich über Geldvorteile von bis zu 740 Euro freuen. Auch die Energieberatung mit den Leistungen Thermografie, Energieausweis und Sanierpaket und die Elektrogeräteaktion stehen für Sie bereit. Natürlich gibt es 2012 auch wieder den Babycheck und zahlreiche Partnerschecks. Mit den Partnerschecks erhalten Sie Vergünstigungen aus allen Bereichen, die das Burgenland zu bieten hat. Kultur, Erholung und Familienabenteuer. Besuchen Sie die Seefestspiele Mörbisch und Sie bekommen mit dem BWAC Partnerscheck das Programmheft gratis. Nutzen Sie den 2-für-1-Gutschein der Avita-Therme in Bad Datzmannsdorf oder der St. Martins-Therme in Frauenkirchen. Oder machen Sie einen Abstecher in den Family Park Neusiedlersee. Mit dem Partnerscheck gibt es die Saisonkarte günstiger. Machen Sie mit beim Bonus-Welt-Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es ein Elektrofahrrad im Wert von 1500 Euro. Weitere Informationen zu Bonus-Welt erhalten Sie über das kostenfreie Kundentelefon 0800 888 9000. Oder im Internet unter www.bewac.at Nie wieder kalte Füße beim Arbeiten. Der USB-Fußwärmer in Blüschoptik macht's möglich. Ob zu Hause oder im Büro, der praktische USB-Fußwärmer sorgt für angenehm warme Füße. Einfach am USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops anschließen und in kürzester Zeit werden Ihre Füße wohlig warm. Aus weichem Telly-Plüsch gefertigt, ist der Fußwärmer auch noch hübsch anzusehen. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Das war's auch schon wieder für heute. Im Namen des gesamten Energy-TV-Teams sage ich danke fürs Zuschauen, alles Liebe und viel Energie. Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.